hallo meine freunde ich bin euer noma willkommen zur new super mario bros u part 3 natürlich haben wir jetzt beim letzten mal auf den joshihügel bisschen lang verbracht so dann holen wir uns jetzt erstmal den baby joshi ganz wahrscheinlich das gleiche gesagt wie mario bros joshi hey ich bin baby joshi bestimmt weißt du wo man leckereien findet ich lauf dir einfach mal hinterher dann gehen wir ins erste level mit dem baby joshi himmlische piranha pflanzen was habe ich denn jetzt getan da ist mir schon kein joshi und bekommst ja nie wieder jetzt stelle ich mich aber auch an doch man jetzt ist er weg blöd wie soll ich das denn jetzt ohne baby joshi schaffen ja mir war ja klar dass da das ist die gemeinde mal gucken ob er von hier oben drauf und eichelpilz wo sind die gnädig was denn los doch das macht sehr spaß das new luigi ist super ist auch ein krasser schwieriger als gerade für dich aber macht riesen spass alle die super mario bros schon gespielt haben und eine kleine herausforderung haben wollen für die ist das genau richtig jetzt habe ich den eichelpilz aber ich komme trotzdem dahin hol ich da hoch habe ich jetzt gar nicht gesehen ok dann gehen wir mal wieder rein warum sind wir denn gleich immer stimmt gerade nicht warum hat das denn also natürlich nicht mal spielen aber in der aufnahme irgendwie ich hoffe das seht ihr jetzt nicht da würde ich das ja nochmal komplett neu aufnehmen das wäre ja blöd was ist denn hier oh ein röhrchen ach das ist das was ich im trailer gesehen habe was ihr hoffentlich auch gesehen habt so noch ein one up dann gehen wir dann wieder raus war schön retro so können wir hier mal so genau also wäre auch cool als schwierigkeit dass die reinbringen wenn man zu weit darüber fliegt dass man einfach keinen one up kriegt dass man das level dann trotzdem beendet hat ja wäre ein bisschen schwer aber wäre eine coole sache oh da ist er ja wieder hab ich nicht gedacht ne ich wollte erstmal hier drüben das noch machen so wo geht denn nicht läuft der knopf egal soll uns jetzt nicht interessieren die pirinia garten party ha ha damit hast du nicht gerechnet ach schade ich wollte mal sehen was wir hier kriegen oh ach jetzt habe ich meinen Puls hier meinen schönen Eichelbos ja er ist die zweite ja hallo oh Gott Minipilz brauche ich hier wo kommt denn ein Minipilz ne 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 gibt es denn hier einen Minipilz ne 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 aber ich hab ja jetzt keine Münze gesehen ist deine Münze hm wisst ihr das bevor ihr mir antworten könnt habe ich das schon selbst herausgefunden ne ne ach jetzt ist wieder mein Freund Ich hatte doch nur ein Panzer als Schild. Wie habe ich das denn gemacht? Ach, war ich wieder zu lange. Geht da kann ich nie rein. Haha. Ah, Mist. Gerade alle drei gekriegt. Nur noch 40 Sekunden. Den hab ich eigentlich schon im Inventar. Ne, Sternchen brauch ich nicht. Den brauch ich nicht. So, den nehmen wir mal mit. Ey. Mist. Ah, bitte. Aha. Ah, hab ich dich ausgedrückt. Ach, nee. Ui. Ja, ja, ja. Ah. Oh, der war doch dran. Kann man jetzt bitte nicht sagen, oder? dass er nicht dran war habt ihr doch gesehen oder das müsste mir jetzt sagen ob das ob ich dran war oder nicht so jetzt gehen wir ins warner paus oder ist ein schöner baum mit den eichelpilzen ich könnte ein pilzer baum wachsen sind ja auch eicheln ok nein nicht dass wir gar von mir ein abziehen hier doch auch nee lass mich doch mal ein bisschen was sammeln hier doch doch jetzt nicht dass 22 eine nur ich hab zwei gehabt machen wir noch mal eben dat hier mal sehen ob wir das schaffen können so mit ihm dort städtchen ne du musst weiter so geht das mini pilz ist ja cool also ich würde ja sagen wir könnten da hinten als secret mal gucken ob da also überhaupt in den europen in den level ein secret ist aber ne das machen wir nicht warum gibt es denn jetzt den joshi mehrmals ich hab den mario bros gibt es ja immer nur einmal hm so dann würde ich sagen dann sehen wir uns beim nächsten mal ciao meine freunde cheer ja 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 ja